Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute CastleStore. Gewinne ohne den Einsatz deiner Ballista, da verzichten wir drauf. Töte den Trollanführer und erobere die Flagge. Okay, werden wir tun. Wir dürfen die Ballista nicht benutzen, das wäre das Bonusziel, aber ich glaube, wir werden es dann doch benutzen. Sonst so schwierig. Viele Gegner da. So, Ruhe, Gewalt. Das heißt, wir sollen in den Arsch treten. So, dann machen wir mal den Standard. Bäm! Und es ist Ruhe. Den Scheiß, das sollen wir besiegen. Ich probiere es mal ohne die Ballista. Ja, das hat super funktioniert. Wir haben ja Zeit, die Flagge muss ich erobern. Das heißt, wir brauchen Leute. Leute, Leute von heute brauchen wir. Und wir werden Fernkämpfer nehmen. Ach! Der macht mit meinem Fernkämpfer hier platt. Oh, ein Schlag und ich bin weg. Das kann doch nur ein Witz sein. Ich kann einmal draufhauen. Gut, wir können es aber so machen. Zack! Das geht auf jeden Fall. Ach, und du verpissel dich auch hier. Hässlicher Hannes. So, dann machen wir das. Fernkämpfer. Wir brauchen einfach Fernkämpfer. Und dann sollte das funktionieren. So, hier haben wir nichts ready. Oh, Level 4. Ah, wisst ihr was? Scheiß drauf, Leute. Ich nehme die Ballista. Das ist mal zu blöde hier. Das ist mal zu blöde hier. Das schaffen wir so. Ist mir es mir zu schwierig. Man muss ja nicht immer das Bonus-Ziel haben. Aber der Gegner haut hier auch rum. Niederlage? Ja, die haben die Fahne geklaut. Okay. Gut, dann nehmen wir diesmal gleich die Ballista und spielen sie nicht so blöd. Nicht mit uns, Leute. Nicht mit uns. So, zack. Schicken lauter Wikinger, die einfach nur die Fahne klauen sollen. Blöd, 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 blöd. Mache ich hier überhaupt Damage? Der haut rein. Aber wir werden ihn früher oder später kriegen. Wir müssen einfach nur die Flagge hier beschützen und kräftig reinhauen. Die Hunsviecher können die Flagge ja nicht nehmen. Ja, aber die dahinter können die Flagge nehmen. So. Sturm, Sturm, Sturm. Sturm, Sturm. So, die Flagge ist dummerweise schon weit vor. Das heißt, wir müssen da die Fahne jetzt beschützen, was nicht so leicht ist. Sturm, Sturm, Sturm. So, ab geht's. Attacke. Ja, ein Schlag, willst du mich verarschen? Ich habe nicht mal zugeschlagen, ey. Also, ein bisschen übertrieben ist schon. Ohne die Ballista kannst du es voll schmeißen, Leute. Ja, der nimmt jetzt meine Flagge hier auch noch. Werden wir ihn immer rechtzeitig aufhalten können. Doch, wir haben es nochmal geschafft. So, der Dicke ist weg. So, was können wir machen? Wir müssen jetzt nochmal diesen Deppen da loswerden. So, das Problem ist nur, wir brauchen Leute, 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 einfach nur Leute. So, dann nehmen wir den, den. Wir brauchen Leute jetzt. Ja, der braucht nur spawnen, hat er die Flagge. So ein Scheißdreck, Leute. Also, der Dicke in der Mitte ist ja wohl der größte Witz jetzt. Ernsthaft. Das ist wieder die Nervmission des Tages. Stell mal einfach auf Easy. Ich ärgere mich da nicht lange, aber das ist mal zu blöde. Das bringt nichts. So, das ist einfach nur Ärger, so. Wenn die die Flagge hier klauen, dann habe ich ja nichts davon. Was habe ich denn da davon? Gar nichts habe ich davon. So, das können wir auch lassen. Einfach Damage ohne Ende machen. Wo sind meine Leute? So. So, den haben wir gleich hier. Wir stellen da einfach auf Easy um. Da ärgern wir uns nicht lange, Leute. Wenn die meinen, sie müssen eine Nervmission machen, dann meine ich, wir müssen auf Easy umstellen. Zusammen. Ah, ich schieße schon wieder auf meine eigene Zuge ein, Dreck. So, wir nehmen die, 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 die. Und nochmal den. So, dann hier. Wir müssen unsere Leute jetzt einfach nur beschützen und dann haben wir es. Das sollten wir hinkriegen. So, was willst du? Haut hin. So, jetzt brauchen wir gar nichts mehr machen. Das haut schon hin. Dann stellen wir einfach mal kurze Hand auf Easy um und dann passt die Sache. So, trägt die Feine zu mir. Alles klar. Gewonnen. Ich bin hier. Ich mich die Hand schließen. Was ist das denn für eine? Stinky heißt er. Okay. So sieht er aus. Berg-Trolle haben wir. Okay. Die sind sicher cool. So, den nehmen wir auch mit. Wir machen die Nebenmissionen. Ich stehe auf Nebenmissionen. So, jage die Eber, erziele mindestens 30 Kopfschutz-Skills. So, was haben wir hier für eine Burg? Wir wollen Trolle. Trolle wollen wir. Hier kriege ich Trolle. Jawohl. So, Ausrüstung. Was gibt's hier Feines? Das ist nur der Standard. Das passt auch. So, die Trolle. Nicht der Klügste, besitzt aber große Kraft. Genauso, was brauchen wir? Der haut richtig gut rein. Wir werden den noch upgraden. Damit der noch mehr reinhaut. Und einmal geht nicht mehr. Scheiße. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Da beschweren wir uns ja gar nicht. Oh, ne, ne, ne. Leute, zurück. Sorry, sorry, sorry. Äh, warte, mein Neustart fängt jetzt direkt an, oder? Ne. Wir stellen nämlich wieder auf normal, selbstverständlich. Ne? So, los geht's. Sollen wir hier machen? Hey. Scheiße auf Kopfschutz-Kills, ey. Die werden wir einfach platt machen hier. Wir sind eventuell. Oh, nein. Ich bin' für eine M-Mision. Oh, das ist ein... Oh, Niederlage? Ja, das war irgendeine starke Sau hier. Scheiße, dass die von beiden Seiten kommen. Das ist schon wieder käsig, käsig, käsig. Ja, probieren wir das nochmal. Wo kommen sie zuerst? Na, machen wir das so. Ja, was denn? Schieß halt, du Tossi, du. Was ist denn los mit dir? Oh, der Dicke. Ah, der Dicke. Ja, Dicke ist gescheit. Schwierig. Ja, alles klar. Wie viel denn noch auf einmal? Wer herrscht euch? Na, komm jetzt, ey. Bis die reagiert, das ist scheiße. Drückst etwas und die braucht immer so lange, bis sie reagiert. Das ist kacke. Oh, nein, 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 nein. Nicht der Fette hier. Oh, oh. Oh. Ja, ne. Vergesst das, Leute. Ich stelle wieder auf Easy um. Das ist wieder eine sogenannte Nerv-Mission. Das sind hunderte, zehnmal stärker, wie ich, äh, kannst du vergessen auf Minium. Das kann man schmeißen. Da gehört die abgegradet ohne Ende. Habe ich aber nicht. Werde ich auch nicht, weil das ist nicht so wichtig. Nur für solche Missionen werde ich die sicher nicht upgraden. Da gibt es wichtigere Dinge in dem Spiel, was abgegradet gehört. Sagt da mal, Leute, wollt ihr mich verarschen hier? Was versteht ihr unter Easy? Kommen schon wieder hunderte von beiden Seiten, ey. Oh, bin ich froh, wenn die Nerv-Mission hier vorbei ist. Ach, komm jetzt! Leckt mich, ihr Schweine! Und das meine ich genau so, wie ich sage, verfluchten Schweinepriester. Ja, genau! Ach, Leute! Das ist eine Nerv-Mission. Bin ich froh, wenn die vorbei ist, wenn wir es überhaupt schaffen, ey. Ja! Komm, ey! Ah, Mann, habe ich überhaupt keinen Bock auf diese Mission hier, Leute. So eine Kack-Mission. Bin ich so froh, wenn ich die habe. Fertig ab. So. So. Ja. So... Vergesst es, Leute! Kein Bock auf diese Mission. Das ist eine Trottel-Mission hoch 10, ey. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Vergesst es, das ist mir zu blöde. Da muss ich die upgraden und das werde ich sicher nicht tun, weil... Äh, es gibt andere Dinge, was wichtiger sind zum upgraden. Da werdet ihr das nicht verschwenden, da. Das bringt überhaupt nichts. Die Deppen-Mission wieder übersprungen. Jedes Spiel hat eine Deppen-Mission, das ist ganz klar. Dummerweise hat man jetzt gerade zwei hintereinander. Ich könnte sie schon upgraden, aber das bringt mir in dem Sinne überhaupt nichts. Weil... keine Ahnung. Zu wenig Leben einfach, ne? Oder wisst ihr was? Ich mach's einfach. Upgraden wir sie einmal, probieren den Scheiß noch einmal. Und wenn's dann nicht geht, dann kack drauf, hoch 10. So. Probieren wir den Schwachsinn noch mal. Und wenn's dann nicht geht, kack mal drauf. Nochmal werde ich sie sicher nicht upgraden, wenn's rentiert ist überhaupt nicht. Ja, was denn, ey? Hau doch zu! Da steht sie blöd da und macht nix. Wenn sie die Axt in der Hand hat, braucht die irrsinnig lange, bis sie reagiert. Ja, was denn? Hallo, zuschlagen! Äh, manche Reaktionen hier sind unter aller Sau, ich drück. Zuschlagen, sie macht's, ne? Was soll man da machen? So, inzwischen haut sie wenigstens gescheit zu. So eine Krackmissanmitte, die nervt gewaltig. Ich hoffe, ich krieg da ordentlich Gold dafür, dass das wenigstens rentiert. Ah, ja, alles klar, ne? Ja, was ist denn, ey? Verfluchten Schweine, da. Sind wirklich Schweine, also das kann man sogar sagen, ey. Fluchten Mistschweine, wirklich. Was ist denn da, ey? Diese kleinen, mistigen Schweine. Mann, wie das nervt, Leute. Sind so lästig. So, haben wir's jetzt hoffentlich. Die letzte Sau da unten, glaub ich. Irgendwo da unten ist dieses Mistvieh. Es ist auch ein Schwein. So, das werden wir jetzt als Fernkampf machen, weil es kein Bock, dass ich da noch draufgehe. Ja, was ist denn? Hallo? Oh, jetzt muss ich dem Schwein wieder nachrennen, das glaub ich jetzt, ne? Na, endlich haben wir diese dämliche Mission geschafft, Leute. Die ist wirklich bronzdämlich. Leider habe ich sie upgraden müssen, weil im normalen Spiel bringt das nicht so viel, wenn du sie upgradest, ne? Da gibt's nützlichere Dinge. Mach ich nicht so gerne. So, schauen wir mal. Was muss man hier machen? Zerstöre die Burg und die oberete Flagge. Oder die oberete Flagge. Befehlige die Trolle und mach sie zur Truppe des Tages. Okay, das heißt, ähm, Trolle, wichtig. So, wo sind die Trolle? Dann werden wir die nochmal upgraden. Ich mag sie sowieso, weil, weil sie arschstark sind. Also das ist für mich jetzt kein Nachteil da. Aber die vorherige Mission wirklich. Sowas kannst du dir verfluchen, Leute. Das macht kein Fun, das nervt einfach nur. So, was ist hier los? Okay. So, wir müssen auf die Trolle sparen. Hoppala. Bisschen deffen, bis wir uns die Trolle leisten können und dann schicke ich da lauter Trolle rüber. Die Burg natürlich auch ein bisschen kaputt machen, dass die da nicht, äh, zu viel uns entgegenschicken können. So, das schießen wir hier hin. Jawohl, das hat schon mal Sinn gehabt. So, das schießen wir hier hin. Haben wir schon einen Troll? Einen Hammer. So, jetzt kommt ein Schwein da rüber. So, jetzt kommt ein Schwein da rüber. Wir brauchen Trolle wieder. Aber die sind schön teuer. Punkt. Und nochmal rein. Gut. Versuchen wir es da platt zu machen. Ist nicht so leicht. Wir kriegen einen neuen Troll. Der kriegt was auf den Latz hier. Schießen wir nur drüber. Geht sie leider nicht aus. Ja, dieser Kackvogel hier ist aber auch lästig. So, gelähmt ist er. Zack, eine Bombe darüber. Wir müssen ein paar Räume da drüben kaputt machen. So, da können wir noch was reinschießen. Ich hoffe, das rumpst richtig. So ein bisschen zumindest. Die Sau schießen wir rein. Beziehungsweise, das werden wir machen. Und jetzt der Schwein da rein. Dann das da rein. Ich muss sagen, die Sau macht schon eine... Die kann man explodieren lassen oder so. Jetzt check ich das erst. Das ist natürlich praktisch. Und ich habe auch eine Idee nach der Bombe da. Wir werden das da mal durch. Er wird ordentlich hier aufräumen. Und dann geht es wieder Troll-mäßig aufwärts. Allerdings sind die Trolle ein ziemlich teurer Spaß. So, rüber damit. Rüben in der Kassel. Oh! Damage! So. Gleich geht sie noch in Troll aus. Ja, die Gegner haben halt auch einiges hier am Start. Das ist halt nicht so easy-beasy. Aber es läuft. So, da eine Bombe rein. Und das sitzt richtig gut, Leute. Ja, die Bombe. Jawohl! Da rumst es da drüben. So, jetzt müssen wir das da unten noch platt machen. so hat hin da noch was rein da haben wir noch ein gebäude viel hat er nicht mehr hat nur mir das eine gebäude der gegner mit dir los so wir schicken jetzt leute 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 einfach scheiß auf trolle wir brauchen jetzt leute was die hier platt machen die gegner jetzt haben wir den raum aber langsam das gibt es doch nicht so langsam hier kaputt sein nein gleich wir haben es leute wir haben es ich war gerade unterwegs zur flagge er meine ei von einem drachen ok jetzt sicher gleich der drache kommen sage ich mir er findet sich ja nicht so lustig wir machen wieder mal ein cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten euer zocker andy let's play tschüss